So, hier ist mein Essen. Das hat mich 40 Part gekostet. Das sind ca. 80 Cent. Mein Überblick hat ein Teller mit Reis, ein Ei und ein bisschen Gemüse. Das ist sehr lecker und dazu trinke ich noch ein bisschen Wasser. Hier ist noch jemand, Chris. Hi Chris, wie geht's? Ich bin gut. Woher aus Chris? Ich bin aus Texas. In Texas? Okay. Woher aus? London. Ja, jetzt esse ich noch ein bisschen und dann gehen wir zur Apotheke, Internet und alles. Ich brauche mich mal, dann hab ich wieder mehr zu sehen. Bis dahin.